Vorwerk Sehr geehrter Geschäftsfreund, heute begrüßt Sie Vorwerk einmal auf diese Art. Der Name Vorwerk ist Ihnen ja vertraut, denn Vorwerk begegnet Ihnen immer wieder fast täglich bei Kundenwünschen. Und wahrscheinlich begegnet Ihrem Kunden, sollte er einmal nicht nach Vorwerk fragen, trotzdem Vorwerk, denn Sie empfehlen doch Vorwerk und Sie wissen ja auch warum. Man kann es eigentlich in einem Satz umreißen. Bei dem Verkauf eines Vorwerkteppichs können Sie ehrlich überzeugt eine große Leistung anbieten. Diese Leistung kommt nicht von ungefähr, denn im Vorwerktestlabor wird die Qualität laufend getestet. Außerdem wird jeder Vorwerkteppich von geschulten Fachkräften genauestens geprüft. Sie wissen ja, alle Vorwerkteppiche bestehen aus reiner Schurwolle und sind mottengeschützt durch Eulahn. Das Materialsiegel des Deutschen Teppichforschungsinstituts e.V. garantiert für die Güte und Reinheit des Poolmaterials. Bei der Entwicklung der neuen Dessins wurden den Verbrauchern ihre Wünsche förmlich von den Augen abgelesen, damit die neue Vorwerkkollektion stimmt. Daher auch unser Fachslogan, Vorwerk, weil die neue Kollektion stimmt. Wir sind stolz auf unsere Kollektion und wir zeigen es mit dem Vorwerk-Qualitätssiegel. Das Vorwerk-Qualitätssiegel erleichtert Ihrem Kunden die Wahl und Ihnen die Disposition und den Verkauf. Das ist also Vorwerk von der fachlichen Seite. Wie im vergangenen Jahr, so möchte sich Vorwerk aber auch in diesem Jahr von einer besonders freundschaftlichen Seite zeigen. Denn Vorwerk weiß, was Sie als Berater Ihrer Kunden leisten und möchte sich daher bedanken. Bedanken mit einem großen Fachverkäuferpreisausschreiben, für das wir Ihnen die Daumen drücken. Und hier ein paar kurze Worte zum Ablauf. Erstens, am Ende jeden Monats füllen Sie die Teilnahmekarte aus. Der Monat, für den die Karte gilt, ist aufgedruckt. Zweitens, diese Karte senden Sie bitte frankiert an Vorwerk. Sie sollten sie aber spätestens am fünften des folgenden Monats abgesendet haben. Drittens, die Gewinner, und dazu gehören hoffentlich auch Sie, werden von einem Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Vorwerk & Co. Teppichwerke KG ermittelt. Viertens, am zehnten jeden Monats findet die Gewinnziehung statt. Dazu viel Glück. Fünftens, umgehend nach der Ziehung werden die Gewinner benachrichtigt. Die Preise werden bis zum Ende des Ziehungsmonats ausgeliefert. Sechstens, die Ziehung der Traumreise erfolgt nach dem letzten Einsendetermin. Der Gewinner wird aus allen bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Lösungskarten ermittelt. Das Reiseziel kann von ihm selbst bestimmt werden. Und jetzt sollten Sie als nächstes die Platte umdrehen und sich bei schwungvoller Musik die Fragekarten einmal anschauen. Dazu viel Vergnügen und auf Wiederhören. Vielleicht sind Sie der Glückliche. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018